Lars, my friend. Das ist englisch. Kannst du mal noch mal in der Datenbank nach was lustiges suchen? Nach was lustiges? Hast du da irgendwelche Vorliegen? Lustige Figuren? Ja, einfach eine witzige, knackenlustige Figur. Und wie soll die heißen, wenn sie nicht Ivor heißt? Das kannst du dir aussuchen. Einfach komplett, ich möchte mich überraschen lassen. Ich kenne lustige Figuren, aber ich würde sozusagen ungewöhnliche lustige Figuren. Ungewöhnliche lustige Figuren. Die keiner kennt. Na, gucken wir doch einfach mal nach einer Handpuppe. Aber ich such dir jetzt eine ganz klassische lustige Figur. Nämlich ein Kasper. Ach, das ist langweilig. Das ist auch ein bisschen peinlich. Jetzt gucken wir an die Kamera und alles, Lars. Wirklich. Ich finde Kasper lustig. Gut, gut. Jeder hat seinen Humor. Es ist in Ordnung. Und wir haben auch nur 288 Handpuppen, Kasper. Gut, na da geht's. Gut, da gibt's Schlimmeres. Ich bedanke mich für die Normalität. Wieder was gelernt. Kasperpuppen gibt's auch in der Puppentheatersammlung. Meine Damen und Herren, habe ich euch da gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020